Und da sind wir wieder mit einer weiteren Folge God of War 1. Jetzt kommt der grauenhafte Part. Hier bloß nicht zu weit nach unten gehen, weil man sieht. Na komm schon. Ja, diese Dinger. Hoch. Diese Dinger schieben einen komplett bis ans Ende und man wird zerquetscht. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Das muss man ganz vorsichtig angehen. Ja, okay. Einmal haben wir es geschafft. Ne, das war nicht gut. Ich warte auf den nächsten und dann machen wir weiter. Boah. Runter. Oh, das war knapp. Und ich glaube, jetzt müssen wir hoch. Los, Kratos. Nein, runter mussten wir. Ah. Ah. Auf, wer Neues. Und, oh, das war knapp. So, okay. Jetzt den nächsten. Runter. Oh, das war knapp. Das war viel zu knapp nach meinem Geschmack. Boah, runter. Runter mit dir Kratos. Ja. Das war doch nicht so schlimm. Ja, bei meinem ersten Versuch bin ich da mindestens 20 mal krepiert. Und ich hatte schon irgendwie keine Lust mehr, God of War zu spielen. Man sieht, wie grausam Spiele sein können. Oh, kann ich das kaputt machen? Komm schon, Kratos. Das ist Kopfnuss. Muss ich hier hoch? Bäh. Oh. Der hat mich voll. Na los. Ah, ich hoffe, das hat geschmeckt. Ey, ich hab doch abgewehrt. Yeah. Auseinander, Jungs. Oh, ich hab mich. Das funktioniert nicht mehr. Boah, ich hab doch gedrückt. Der fährt mir zu viel auf. Okay. Magie. Magie. Und hoch. Gibt's hier irgendwas? Nein. Hier. Auch nicht. Damit hat... Na. Oh, ein Weg. Endlich seit langem wieder zwei Thronen. Ach, ich hab... Oh, falschen Knopf. Das reicht. Komm her. Schmeckt das? Ja, glaube ich schon. Soll das Aphrodite sein? Ja, wahrscheinlich, ne? Was hat das jetzt gebracht? For the only scene of the secret way out? Okay, jetzt bin ich überfragt. Oh, ich bin nicht überfragt. Hier, wir springen jetzt einfach ins Wasser. Ins Wasser. Oh, Kratos ins Wasser. Okay, aber in einem dieser Dinger ist noch irgendwas versteckt. Jo, da ist der Weg. Also müssen wir schnell handeln. Ich überfragt. War da was? Mal gucken. Ne, da war nichts. Und, wo sind wir jetzt? Wieder im Hauptraum. Na, das ist nicht der Hauptraum. Aber... Ja, okay. Lass mich jetzt hier weg. Ach, das geht auch so perfekt. Das hört sich so geil an. So, ich glaube, das war diesmal das letzte Mal, dass wir hierher gekommen sind. Aber... Wo ist der Schalter? Ich brauche den Schalter. 100%ig bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Da ist er. Wir drehen... Nein. Kann ich nicht zurückdrehen? Oh. Ihr wisst ja, als wir Pandora's Temple zuerst betreten haben, habe ich ja gesagt, wir drehen es bis zur zweiten Tür. Jetzt drehen wir zurück zur ersten Tür. Weil hier kommen die Muse-Keys zum Einsatz. Das ist da... Von da sind wir gekommen. Das ist doch der Raum, von dem ich gerade gekommen bin. Ja. Und der war doch gerade verschlossen. Das kann man nicht so... Ah, da ist der Raum. Hier werden wir jetzt die beiden Schlüssel einsetzen. Und hier bekommen wir jetzt massig an... Ja, massig an ganz vielen Sachen. Haben wir hier ganz dick Orbs. Ja.